Kommt Ihnen Ihr Leben manchmal vor wie ein Boot, das vom Wind hin und her getrieben wird? Dann ist es an der Zeit, das Ruder in die Hand zu nehmen. Du bist der Steuermann Deines Lebens. Nicht der Wind, nicht die Wellen, sondern Du bestimmst, wo es hingeht. Inspiriert von einem Segeltörn hat Daniel Müller das Buch Bleib auf Kurs geschrieben. Entdecken Sie, was man beim Segeln über Gott und das Leben lernen kann und erfahren Sie, wie Ihre Umstände nicht die Richtung Ihres Lebens bestimmen müssen. Einfach und klar, tief und verändernd. Bestellen Sie Ihr Exemplar unter missionswerk.de oder unter 0800 240 44 70.